Miauuu Ich krieg das nicht gebacken, ich krieg diese fucking Einleitung nicht hin Verdammt nochmal, warte ich krieg das nochmal hin, Moment Hey Leute, was geht? Okay, die Begrüßung finde ich gut Die war schon mal besser als vorhin Naja, zumindest herzlich willkommen hier beim Neuwil Von den Bad Gaming Players beim Spiel W.O.T. habe ich ja schon mal gespielt, ist schon mal eine Weile, ja Aber ich bin mal wieder mit jemand anderes unterwegs dabei Meldest du dich mal bitte, Unbekannter? Ich habe mich gemeldet, hat zwar keiner gesehen, aber Moi Leute, hier ist euer Wicked Herzlich willkommen Zu World of Tanks Ja, was haben wir vor? Äh, wir werden mit unseren Wundervollen, geil aussehenden Deutschen Panzern Ne, ich weiß gar nicht, was hast du überhaupt für Panzer? Kommt drauf an, was für ein Match wir zocken Ja, egal Ja, okay Dann sagen wir es erstmal so Ähm, ja Wer mich schon mal W.O.T. spielen sehen hat W.O.T. 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 Der hat einiges verpasst, denn in der Zwischenzeit ist ein Jahr vergangen, glaube ich sogar Und ich habe einiges geübt Und, ja Ich spiele das jetzt regelmäßig mit dem Wicked und Ja Und, und, und Und Es hat nichts gebracht Ja, ich weiß Und es hat nichts gebracht Ich bin immer noch genauso schlecht Naja, ich bin ja auch nicht umsonst ein Bates Gaming Player So Wicked, ähm Ich spiele mit meinem Marder 38T Was hältst du davon? Mein Marder 38T, okay, da ähm Sage ich einfach mal Spiele ich mit meinem Lieblingspanzer So, das ist der hier Für meine Zuschauer Der schöne Ami M8A1 Da klicken wir noch bereit Und gehen ins Gefecht Ja, ähm Falls ihr gerne nochmal so ein paar taktische Hilfestellungen haben wollt Schreibt das einfach mal unten rein in die Kommentare Äh, dann machen wir mal zusammen ein kleines Video darüber Ähm Ja, so Einzelne Maps, wo denn die besten Bereiche sind für euch, äh Wo ihr am besten euch positionieren könnt, äh Oder Wie ihr denn Irgendwie Besser an die Gegner rankommt, keine Ahnung Oder wie ihr Am besten vorgehen solltet Wenn ihr alleine oder zu zweit seid Schreibt es einfach unten in die Kommentare Bei Wicked oder bei mir oder bei Biden oder Keine Ahnung Und bevor ich jetzt meine Klappe halte Halt die Klappe Äh, und ja Ich würde einfach mal sagen Wir machen Bad Gaming Style Und legen einfach mal in vier Drei Zwei Eins Los So Wo fahren wir denn mal lang Neuwil Links Schwenk bitte Ja, links ist gut Und für meine Zuschauer, die mir grad zuschauen Wow Äh, wenn das ein bisschen anders aussieht Als vielleicht bei euch Dann liegt das daran Dass ich dieses Mod Pack Von Wie heißt der Vogel Äh, nein, nicht der Vogel Aber Die Dioclid Die Clovit Die Clovit Mod Pack Das ist dieser XVM Mod Und was nicht alles irgendwie mit drin Ähm Ein Plan Hast du das eigentlich noch installiert? Ähm Nein, ich muss sagen Ich hab das deinstalliert Weil mir das sowas von tierisch auf den Sack ging Weil es wirklich sehr extrem farbenfroh ist Und das Ging mir dann irgendwann gegen den Strich Und ich habe gesagt Ne, Leute Das reicht mir Ja, neben dir So wie immer Genau In Geld markiert Wer neu will So, fahren wir jetzt mal den Baum hier um Der nervt Aber so bunt So bunt finde ich das gar nicht Na doch Bei mir war das so bunt, ey Das ging gar nicht Es gibt ja noch Äh, hier Diese Mod Wo du dann die Ähm Die Hitzones hast Die Trefferzonen An den Panzern Okay Hattest du das auch? Ne Hatte ich nicht Das habe ich nämlich nicht Aber dann werden sogar noch die ganzen Panzer bunt Ja, deswegen Und das ist dann mir zu viel des Guten So Also es gibt halt Nur mal nice to know gesagt Es gibt Ihr seht ja meine Maus hoffentlich Es gibt einmal den Bereich da und hier Das sind eigentlich so die zwei Hauptaugenmerke Wo die ganzen Panzer immer hinfahren Und irgendwie fährt hier links keiner lang wo wir stehen Weil keiner von denen gescoutet wird Wundert mich ein bisschen Ja, irgendwie komisch Oh doch, da jetzt Ja, ja, ich sehe ich Oh ne, ein Hetzer Ein Hetzer, da werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen Ich probier's einfach mal Ja, warte Doch Oh, du bist durchgekommen Nice Ja, ich hab ja Oh, mein Vierer Oh, trifft doch ordentlich Und mit dem Mausrad kann ich rein und raus Ja, weiter, 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 weiter Nein, der ging daneben Oh ja Ja, ich kam durch bei dem anderen Ach, nicht getroffen Los Ach, ja Komm schon Ja, ich bin durch Also wir machen das Haus nochmal ein bisschen Und der ist kaputt Zwei Seite Jawohl 69 Schaden Meine Güte, ich treff den grad nicht Oh, das soll mein Kill werden Komm, der soll noch was Nein, das soll mein Kill werden Ich hab, mir wurde eben gerade der schon geklaut Opa Da hab ich gewackelt Ach, schade Jetzt sind wir nicht mehr gescoutet Das ist natürlich blöd Ähm Ich würd sagen, wir fahren mal ein Stück vor, ne? Ja Würde ich sagen Also drei Gegner sind schon tot Vier Gegner Oh, da ist einer an Marder Ah, Mist, da komm ich nicht ran An den komm ich aber ran Und jetzt Oh, da hinten ist ein schwerer Panzer, ne? 75 Wunderbar Und nochmal 68 Schaden Komm, gib ihm Gib ihm Jawohl Erwischt Da ist wieder der Hetzer Komm schon Gib ihm, gib ihm Mann Nein Ich wollte gerade schießen Was soll das denn? Oh, da ist nur Ich steh gerade sehr offen Aber das ist mir gerade egal Bomb Ich kam nicht durch Hä? Jawohl Ich kam gerade irgendwie nicht durch Sehr schön, bin durch Sehr nice, läuft Oh, ich liebe diesen Panzer Der ist echt cool Mit dem komm ich klar Ich komm mit meinem auch gut klar Aber ich hab glaube ich wieder hier Oh, halb rechts von uns Weg jetzt, kriegst du den? Ja, da ist noch einer Ich fahr mal hier oben auf Oh, der ist angehalten Der Luchs Der ist angehalten Aha Ja, der hat angehalten Er hat sich zum Stehenbleiben veranlasst oder wie? Er hat sich Er hat sich Er hat sich zum Stehenbleiben bewegt Achso, ja, okay Ah, sehr nice Weg jetzt War das mein Kill? Ja, das war dein Kill Mal gucken Jawohl, zwei Kills Cool Ich bin jetzt auf dem Berg da neben dir Das läuft Aber ich seh hier Ich seh hier Ich seh hier ein bisschen scheiße Ach Ach, links neben mir Bist du okay Ja, lass mal weiterfahren Ja Das sind definitiv nicht mehr allzu starke Gegner Weil wenn ich mir das Jaja, das sind zwei Selbstfalldafetten Also zwei Artilleriegeschützer Die da hinten sind Die sollten keine Probleme für uns darstellen Der einzige der jetzt noch Verweck dich doch nicht Ah, man, jetzt ist dahinter ein Haus gefahren Wo denn? Wer denn? Der AMX Der AMX? Der AMX? Achso Der gescoutet ist, oder wie? Jaja, genau, richtig Aber einmal hab ich ihn gehittet Alter, geil Ich hab schon 822 Ähm Oh, oh, oh Da sollte ich vielleicht nicht einfach so reinfahren Glauben die alle gescoutet sind Okay, ich seh den Vlad Ah, jetzt nicht mehr Ich hab auch eine bessere Position Die sind... Die restlichen zwei sind beide an der Base von da hin Beide bei der Base Ich versuch mir den Dreier zu schnappen Wie komm ich denn da am besten ran? Nee, den M7, den hol ich mir Ach, ich hol mir da die Selbstfallerfette, ganz ehrlich Die haben keine Chance mehr Ne, haben sie auch nicht Drei Stück War 822 So, da ist der letzte Der Dreier Der wird jetzt schon... Schaden hab ich schon verteilt Hä, wo hat der sich denn versteckt? Ganz hinten Oh, der ist gleich kaputt Ja, so schnell komm ich da nicht hin Bom, dat war's Yay Und Wicked nimmt nur ein Feindliche Basis für der Oward Ja, ich würd sagen, ich hab wieder keinen Kill Und das regt mich wieder auf Ich hab wahrscheinlich wieder sonst wie viel Schaden gemacht Also für mich war das echt eine super geile Runde Aber die Erfahrungspunkte bringen mir hier halt nix Ja, na gut, das ist ja egal Ich würd einfach mal sagen, wir machen nochmal eine Runde Für die Folge würd ich sagen, machen wir das nochmal mit den gleichen Panzern, ne? Weil das so gut geklappt hat Und in der nächsten Folge würd ich einfach mal so behaupten, dass wir mal was anderes ausprobieren So, ab ins Gefecht Ich denk mal, ihr würdet das Gleiche dann empfehlen Das war einfach mal bei der zweiten Folge mal Oh, Fünfer Ähm Das war einfach mal in der zweiten Runde mal schauen, okay Was wir machen wollen, worauf wir Lust haben Und Ja, das wäre wieder eine wundervolle Map, wo ich wieder einiges zeigen könnte Aber das mach ich dann eher in einem anderen Video Wenn ihr das denn gerne haben wollt Und diese Map, auf der bin ich nicht so gut Die hab ich, glaub ich, das zweimal gespielt oder so Die ist auch ein bisschen scheiße, diese Map Bisschen sehr scheiße, sag ich einfach mal so, wie es ist Ja, die ist echt komisch Weil hier extrem Fünfer Match, okay Ja, Fünfer und Drei sind auch noch im Team von den Gegnern Vier Stück Aber mit meinem komm ich ja gut durch Ähm, wo wollen wir uns denn Ja, das ist jetzt die große Problematik Oder ich geh hier vorne an Stein, ey Du musst echt aufpassen hier meine Weile Du musst jetzt echt aufpassen Du musst jetzt echt aufpassen Ich fahr... Ey Sag dir mal hin Ja, das ist... Also es könnte durchaus sein, dass ich gleich tot bin Wenn sie mich finden Ich werd hier oben nochmal hinfahren So, jetzt warten wir und warten wir Ja, mein Lieber, das ist mein Platz hier Ja Warum sehe ich die denn alle da hinten nicht? Kannst du die sehen? Sehen schon Warte mal Oh ja, da komm ich hin Jawoll Treffer Der ging nicht durch Aber wo geht der denn durch bei ihm? Aber schade Ich fahr äh, vorwärts, ne? Ich weiß, das könnte leicht Brutal enden, indem ich abgeschossen werde, aber Ich probier's mal Da wieder keiner scoutet Ich bin zwar ein Jaff-Kanzer, aber Scouten könnte ich auch, ich bin relativ fix Ich werd mal scouten fahren Ja, ich bin hier ganz rechts Falls du mich noch auf der Karte siehst Mh, ja Sehen könntest So, ich fahr nämlich hier ganz außen Ganz wichtig Nice to know für euch, Leute Ähm, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass ihr versucht, eine Seite Äh, zu haben, wo ihr nicht unbedingt eure Augen drauf richten müsst Sodass ihr da dann die Seite eigentlich vernachlässigen könnt, weil da keiner dann sein kann Weil dann könnt ihr euch vollends ganz auf, was weiß ich, so wie bei mir jetzt hier geradeaus konzentrieren Jawoll Sehr schön, wie geht's? Läuft Oh, da oben Da oben, hm Siehst du die da alle irgendwie hocken oder so? Kannst du die mal scouten? Ja Weil ich seh die selbst HV-1, T-34 Oh mein Gott Auch der T-1 Heavy, ist der da auch? Ne, hab ich nicht gesehen Mathilde war noch da Waha, Mama Ich bin gleich kaputt So, dann gucken wir dir mal zu Wo bist du denn da? Der Neuvel Mit dieser Mod kann ich so schön weit rauszoomen Jetzt kann ich alles schön von oben betrachten Dann gucken wir dem Euvel mal zu, hier Ah, der ist gleich kaputt Komm schon, schnapp ihn dir Wo ist er? Wo ist er? Da ist er Jawoll Sehr schön So Ich hab den nämlich kurz vor dich nicht gesehen Wow, hab ich mich erschrocken, Alter Meine Güte Ja, nice Sehr schön So, erstmal wieder Ketten repariert Bei Kills Oh, böse Der hat mich umgebracht hier Mathilde Roll So, seine... Wow, Luke Campers Hinten ist doch noch ein KV-1 Aber wie... Ja, ne, da komm ich nicht durch gerade Roll Roll Schritt für Schritt Rühsam ernährt sich das Eichhörnchen Oh, ey Wirkungstreffer Oh, ich seh da noch wen Oh, ich bin gleich kaputt Ja, ich hab den gesehen, aber leider ein bisschen zu spät den T-34 da vorne, ja Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Ja, ich denk mal, wir schauen hier mal Wollen wir das Match noch zu Ende uns anschauen? Weiß nicht Achso, ja, können wir machen Ähm Ah, okay Selbstfalllaufwetter, Selbstfalllaufwetter, Selbstfalllaufwetter Selbstfalllaufwetter Was ist das denn hier? Oh, wo haben wir denn ein? Was wer der denn? Den SU-85, okay W-34 So, oha Oh, T-1 Heavy, dem guck ich mal zu Oh, hier auch ein Special gekaufter Tarnung Bring nochmal extra Tarnung Guck dir mal die KV-1 an, ey Wie krank die ist? Bumm Oh, der ist so kaputt Der ist so kaputt da Hab gar keine Chance Bumm Von allen Seiten, ey Ha, ha Oh, da oben gibt's jetzt KV-1 Battle Ah, man sieht's Ich hab gerade meine wunderschöne Kamera da drauf Der KV-1, den hat der Neuwil auch Ja, den hab ich auch Wenn ihr gerne sehen wollt, ein Match mit dem, könnt ihr auch reinschrauben Schreibt einfach alles rein Alles einfach reinschrauben Alles Alles, was hier auch Erik, Erik, Erik soll alles Erik und Timo sollen alles Alles Oha Bumm, die müssen den doch platt machen jetzt hier mal zu zweit Ja, wofür stecken die? Ja, die campen halt wieder, ne? Das ist halt immer so das Problem Bei so einem Match Es wird halt sehr viel gecampt auf dieser Map Und immer an den gleichen Stellen, das ist es halt Ich switch mal hier Was ich noch gerne mal ausprobieren würde Noch einen anderen Sound-Mod oder so Okay Ja, durchaus Das könnte man mal ausprobieren Soll Jetzt hat der Jetzt hat der KV-1 geschossen Oh Aber da kommt der Der Heavy noch dazu Bumm Uiuiui, da hat er aber Schwein gehabt Der Marcel Und da gibt's den Schuss hinterher Hat er nicht getroffen Schade Jetzt lädt er kurz nach Fährt wieder hin Und schießt Bumm Warum bleibt er denn stehen? Ist er denn blöd? Haha Oh, okay Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ist denn das die Möglichkeit, meine Damen und Herren? Ist das denn die Möglichkeit? Was ist hier bloß los auf dem Schlachtfeld? Was ist hier bloß los? So, ich glaub der möchte jetzt hier abstauben Der SU Der Marcel Ich glaub der KV-1 ist kaputt gegangen Ja, also Was? Ja, der KV-1 Von unserer Von unserer, ja Und der andere hat noch 2% Der ist jetzt definitiv kaputt Oh! Okay, doch nicht Boah, da gibt er ihm noch Dem Abstauber Krank Ah, der Heavy der holt sich den Na, ich weiß nicht Wir haben Oha Ja, jetzt muss er aber auch treffen Sonst ist er hin So, ich würd da doch nicht stehen bleiben, du Lappen Hier sind doch noch hier Selbstfallerfetten Und das Level 5er Ja, der wartet jetzt einfach nur Oh, von hinten kommt einer Und das war's Das war's Guck mal wie er sich anschleicht Ach wie süß Aber er kommt nicht durch Jetzt versucht er ja nicht zu fahren Wie süß Ach ja Und jetzt werden natürlich die anderen von hinten abgeschossen Oh, er guckt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Ja, das wird nix Ja, das wird nix Das kann man knicken Das wird wirklich nix, ne Ich glaub das ist ein Französischer hier, dieser Radekowski Radekocki Schieß doch einfach, Junge Schieß doch einfach Oh mein Gott Mama Ja, schade Oh man, von allen Seiten Warum? Alter, was ist denn mit dem? Weißt du, die können auch im Prinzip ein... Der checkt auch nicht Oh ja, da wird... Oh, da wird er von hinten getroffen Und das zieht nur minus elf ab Was ist das? Ja, jetzt versucht er sich zu drehen oder was? Wie lachhaft Ah, das war das Kette verloren Bam Ja, ich würd sagen Mal wieder nachholen Und ich verabschiede mich In dem Rahmen Äh, auch von dir Wicked Danke, dass du wieder mal mitgemacht hast Ja, danke auch an dich Neubel Dass du auch bei mir da warst Sehr schön Äh, danke, dass ihr das Video zu Ende geguckt habt Und wir sehen uns beim nächsten Mal Genau Bei WOT oder bei anderen Spielen Bis dahin Ich bin euer Neubel Haut rein, tschüss Und ich euer Wicked Bis denn, tschau Leute